Das ist Gisela. Gisela ist Vermieterin von fünf Ferienwohnungen. Und immer auf der Suche nach neuen Gästen. Deshalb meldet sie ihre Wohnungen auf einem großen Internetportal an. Denn sie weiß, dort findet sie ihre nächsten Feriengäste. Sie schließt also einen Vertrag mit dem Portal ab, trägt alle Objektdaten ein, lädt Bilder hoch, tippt Beschreibungstexte, erfasst Saisonzeiten und Preise und fliegt die Belegungskalender. Natürlich fünfmal, für jede Wohnung einzeln. Geschafft! Giselas Objekte sind online buchbar. Und es dauert nicht lange, da kommt die erste Buchung. Prima, denkt sie sich. Die Idee mit dem Internetportal war goldrichtig. Und sie will mehr Gäste. Schnell findet sie ein weiteres Vermietungsportal. Sie schließt einen Vertrag mit dem zweiten Portal ab, trägt wieder alle Objektdaten ein, lädt abermals Bilder hoch, kopiert die Beschreibungstexte, erfasst erneut alle Saisonzeiten und Preise und fliegt nochmals die Belegungskalender. Selbstverständlich wieder fünfmal, wieder für jede Wohnung einzeln. Auch hier wird schnell vom Gast gebucht. Läuft super, denkt Gisela wieder, da geht noch mehr. Also Portal Nummer drei gesucht und gefunden. Und wieder startet der Eintragsmarathon, erst der Vertrag, dann die Objektdaten, dann die Bilder, Texte, Saisonzeiten, Preise, Belegungen. Eigentlich wollte sie sich noch bei Portal 4, 5, 6 und 7 anmelden, aber die tägliche Pflege der Daten in den drei Portalen kostet viel Zeit und Nerven. Gisela ist erschöpft. Wie soll ich das nur alles pflegen? Erika, Giselas Freundin, vermietet auch Ferienwohnungen und hat einen heißen Tipp für Gisela. Sie nutzt für ihre Vermarktung den FEWO Channel Manager. Denn der löst ihr größtes Problem. Statt zig Portale einzeln pflegen zu müssen, pflegt Erika ihre kompletten Daten im FEWO Channel Manager. Also nicht nur die Saisonzeiten und Preise oder die Belegungen, sondern auch alle Bilder, Beschreibungstexte, Ausstattungsmerkmale, Buchungen und vieles mehr. Einfach 100% ihrer Daten. Klasse, sagt Gisela. Was für eine Arbeitserleichterung. Und ich bin überall gleichzeitig online buchbar? Ja, schwärmt Erika und erklärt, bucht ein Gast auf einem Portal, so werden alle anderen Portale automatisch informiert und die Belegungskalender synchronisiert. Deine Doppelbuchungen sind so Geschichte. Keine Einzelverträge mit den Portalen, keine unterschiedlichen Portalprovisionen und damit keine unterschiedlichen Vermietungspreise. Einmal pflegen, vielfach buchbar. Das ist die Lösung, freut sich Gisela und meldet sich noch heute beim FEWO Channel Manager an. So hat sie wieder mehr Zeit für ihre Gäste und die Wohnungen sind ausgebucht. Jetzt anmelden und Vertriebsboost zünden. www.fewo-channel-manager.de Einfach, vielfach buchbar. Nicht nur für Giselas und Erikas, sondern auch für Vermietungsagenturen. wo ich mich jetzt noch nicht noch ich bin noch für Gäste. Ich bin noch für Gäste.